Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer und hallo liebe YouTube-Kollegen. Ich habe mir etwas cooles überlegt, was wir gemeinsam machen könnten, sowohl wir YouTuber als auch unsere Zuschauer. Wie wird eigentlich YouTube oder die Welt in 5 Jahren aussehen? Werden wir in 5 Jahren überhaupt noch YouTuber sein? Das sind alles Sachen, die keiner von uns wissen kann. Aber was wir wissen ist, wie es heute aussieht. Und genau darüber werden wir alle gemeinsam ein Video aufnehmen. Dreht ein Video, in dem ihr bei euch zu Hause ein paar Sachen von eurem heutigen Leben erzählt. Erzählt in diesem Video, welches Datum der Aufnahmetag hat, was ihr gerade beruflich tut und was eure Wünsche für die Zukunft sind. Bei den YouTubern fände ich es auch ganz interessant zu wissen, wie viele Abonnenten, Videos und Views ihr gerade auf eurem Channel habt und in welchem Netzwerk ihr gerade seid. Natürlich könnt ihr noch alles andere, was ihr wolltet, euer Video packen, das ist euch überlassen. Das Ganze wird dann auf YouTube hochgeladen unter dem Titel Hashtag FutureTube schrägstrich euer Name. Und es soll am 22.02.2020 um 12 Uhr, also genau in 5 Jahren, online gehen. Also ich hoffe, dass wird es bei allen funktionieren. Bei den YouTube-Partnern zumindest weiß ich, dass man ein Video über mehrere Jahre hinweg planen kann. Wenn ihr die Idee cool findet, dann macht einfach selber mit und schickt dieses Video euren Lieblings-Youtubern, weil ich es cool finde, wenn möglichst viele Leute mitmachen würden. Außerdem fände ich es ultra cool, wenn in 5 Jahren gleichzeitig ganz viele Videos von 2015 online gehen würden. Also lieber Zuschauer, der in diesem Moment hoffentlich noch nicht abgeschaltet hat, ja, ich meine genau dich, ich würde mich sehr freuen, wenn du mitmachen würdest. Falls dies der Fall sein sollte, schreib mir noch einen Kommentar mit, ich bin dabei. Ansonsten stehen nochmal alle wichtigen Infos unten in der Videobeschreibung und das war's von mir für diese Woche. Haut rein! Wir machen Cash mit Videos Wir machen Cash mit Videos